Jetzt zahlst du um die für einen 70, 80 Dollar. Ungefähr, je nachdem. So, und bei dem bist du bei 99 Euro. Und dafür, dass ich ein Modell drinnen lasse? Ja, vor allem dafür, dass du sicher erhalten hast. Genau. Ich darf das meiner Frau gar nicht erzählen. Ach, sicher ist sicher. Ja gut, aber weißt du, wenn du dir 5 Beiträge in irgendwelchen Foren anguckst oder anhörst, dann sagst du, was regt ihr euch so auf, die Lipos sind total ungefährlich. Das ist ungefährlicher als jede Autobatterie oder oder oder. Sagen wir mal so, wenn sie so saugesferlich werden, dann müsste jedes Modellbau-Fachgeschäft, was die lagert, ja einmal im Jahr was brennen oder wie auch immer, sag ich mal. Ich glaube nicht, dass die alle Feuerkosten so saug haben. Ja, so geht's mir genauso. Seitdem, glaube ich, seit vier Jahren, schaffe ich da rum wie ein Blöde. Sonst wäre die OP auch schon. Was ist das eigentlich für ein Heli? Hat er jetzt? Na ja. Er war ziemlich laut, ist halt lästig, aber er war halt billig. Von anderen Gründen habe ich mir den Eis geholt. Ich sage immer, lautstark, freut mich nicht. Ich gucke mich jetzt nicht so. Flugeigenschaften sind immer viel wichtiger. Meiner hat im Moment nur Steh-Eigenschaft. Wenn du das Ding zurück hast, dann machen wir mal hier oben einen Termin und dann stellen wir den mal auf das Dach von dem Auto. Dann gehen wir mal alles in Ruhe durch. Genau. Das ist hier so im Feld, ist das besser als sonst irgendwo daheim. Dann kommen die Kinder nerven oder was auch immer. Du hast ja Graupner auch und das ist ja von der Edelduftur das Gleiche und da haben wir das ganz schnell. Graupner hat ja Regler mit dem Rennen. Ich hab nach Albach gegangen und der hat mir die Funke eingestellt. Und jetzt, nach dem Abbrauchen, hat der Tim mir die Funke eingestellt und hat gesagt, was hat der da für eine Belegung gemacht. Weil Graupner gibt die ja ein gewisses vor, wo der Gyro liegt, wo der Edelduftur und so weiter. Und der hat das vollkommen anders gemacht. Ja, das geht nicht. Oder gut, das geht schon über Umwege, aber das ist ja unnötig. Ja gut, ich weiß nicht, vielleicht liegen die sonst Spektrum oder was auch immer. Die haben nur Spektrum, die haben ja gar nicht so Graupner im Hut. Achso. Ihr wollt mir ja auch dann Spektrum verkaufen. Ich hab gesagt, nee, 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 da lass mein Finger weg. Ich hab auch gesagt, ich will Pult-Bänder und ich will den Bänder und ich will den Bänder und... ...Boa! Vielen Dank.